Musik Innovativ, interaktiv, kommunikativ. Ein Ort der Bildung und Kreativität. Die Mittelschule in Steinerkirchen. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich möchte euch als Schulleiter der Mittelschule Steinerkirchen recht herzlich begrüßen. Wir legen großen Wert auf ein gutes Schulklima, auf eine angenehme Lernqualität und wir bieten auch hohe Kreativität an. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch für unsere Schule entscheidet und wünsche euch nun viel Spaß bei unserer kurzen Präsentation. Bei uns in der Schulklima Kreativität und wir haben ein eigenes Atelier. Hier wird die soziale Kompetenz erlernt und gefördert, der Horizont der Kinder und Jugendlichen erweitert. Man lernt hier fürs Leben. Also was ich so super finde an der Schule ist, dass wir kreativ und freies Zeichnen öfters auch haben, beziehungsweise die Lehrer ermöglichen uns sehr viel und dadurch ist die Schule auch sehr kreativ und wir können sie ausprobieren. Da bin ich gern, weil der Unterricht abwechslungsreich gestaltet wird. Und weil wir viele Lernschüsse erleben. Musik Da bin ich gern, weil ich gescheit viel lernte. Neben dem Klassenzimmer verfügt die Mittelschule Steinerkirchen über zwei Turnseeler, zwei Werkräume, zwei EDV-Räume, eine Küche, ein Physiksaal und ein riesengroßes Atelier für die künstlerische Kreativität an der Schule. Musik Ich gehe da gerne in die Schule, weil es da so keine Lehre gibt. Also mir denke ich, weil es im Ort ist, weil ich die Schule kam. Und wir in die Schule zusammengestellt. Ja. Auch gibt es eine gut ausgestattete Schulbibliothek, die zum Verweilen einlädt. Musik Ich bin hier gern, weil die Lehrer so nett sind und weil es hier Spaß macht zu lernen. Musik Ich bin hier gern, weil es da so nett ist, 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 weil es da so nett ist Vielen Dank.